Dieses Ultraschallbild auf Instagram verrät, die Großfamilie, die Wojnys, wächst. Doch welches Mitglied der Reality-TV-Family wird bald mit einem dicken Bauch zu sehen sein? Das hat Mama Sylvia Wojny bisher nicht ausgeplaudert. Zu ihrem Post auf Instagram schrieb sie nämlich lediglich, Wir wachsen weiter, ich werde wieder Oma. Heute kam die freudige Nachricht und schon im fünften Monat. Wir freuen uns sehr für euch! Noch im Mai dieses Jahres gab es Familienzuwachs im Doppelpack. Silvias Tochter Sarafina und ihr Ehemann Peter freuten sich über Zwillinge. Doch um wen geht es jetzt? Während es zunächst Gerüchte rund um die 21-jährige Carlanta gab, ist inzwischen klar, es ist Lavinia, die ebenfalls ein Ultraschallbild auf Social Media postete. Dazu schrieb sie, Es ist so unglaublich, seit dem Tag, wo wir erfahren haben, dass wir ein gemeinsames Baby erwarten, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten. Was aber noch ein Geheimnis bleibt, ist das Geschlecht des zu erwartenden Babys. Das halten die Schwangere und ihr Freund Tim nämlich derzeit noch geheim. 3 Untertitelung des ZDF, 2020